Hallihallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. The Host machen wir heut. Hey Shubo, you want me to die. Ich glaube wir kriegen einfach so ganz viele Fliegen und so. Was ist das? Ich was? Diese grünen Fliegen, weil ich nicht check wie die sich bewegen. Mano. Kannst du bitte woanders hin? Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Gut. Und der letzte Minikopf. Nice. Danke dafür für die Trollbombe. Naja, wenn wir auch nur normal bekommen, dann ist nicht ganz so schlimm. Sehr schön. Gut, da ist unser Leben wieder voll. So wünsche ich mir das. Ist ever. Die Troll. Danke sehr. Ui, 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 ui. Wieso habe ich nicht das Item, dass alle Fliegen-Freunde sind. Oh, Scheiße. Bleib ich am Stein hängen hier. So, die schlimmen Gegner alle geschafft. Bleiben nur noch die ollen Würmer hier. Ah, das war's schon. Okay. Ähm, Kreuz habe ich jetzt nirgends gesehen gehabt. Aber auch bei den Steinen weiß ich wieder nicht, worauf ich achten muss. So, warum da um noch die Räume machen? Es gibt immerhin einen Shop, in den wir kostenlos dürfen. Gut. Noch leichter als ich dachte. Sehr schön. Nächste Münze. Und ich habe wieder jetzt erstmal kein Kreuz gesehen. Und ich will es schon haben. Kein Kreuz. Okay. Ekelhafter Raum. Sehr schön. Ah, da habe ich das Blaue jetzt schon aufgehoben. Dann gehen wir erst in den anderen Raum. Vielleicht verlehe ich das ja noch. Hm. Ja, das wäre jetzt nicht so schlecht, ne. Aber... Ich glaube, ich gehe hier rein. Ist mir jetzt egal. Um das Blaue Herz... Hätte ich... Eigentlich anders machen sollen, aber... Naja. Nun ist es zu spät. So, nehmen wir einen Fool her, dann sparen wir uns... Zumindest ein halbes Herz Schaden. Und mal gar nicht so wenig Schaden, dadurch dass unsere Fliegen... Natürlich ordentlich... Damage austeilen hier. Aber ein Damage Up wäre mir trotzdem lieber. Hm. Hm. Jetzt könnten wir uns doch die... Äh... Habit? Heißt die so? Keine Ahnung. Schwiert mir jetzt im Kopf rum. Aber ich habe keine Ahnung, was Nonnenkutte... nochmal heißt. Du hast ein Bobo verloren. Ah, ich habe immer noch nicht die Mods installiert, die ich installieren wollte Okay, hält es auf, ist okay Ja, ich hole mir die jetzt nicht Aber ich schau mal im nächsten Shop Solange ich kein Leertasten-Item habe, bringt mir das halt auch gar nichts Das ist wieder so ein Bettraum, aber ich weiß bis immer noch nicht, was die mir bringen Warte mal, ne diesmal ist aber ein Shop-Symbol dahinter Ich habe mich jetzt echt von dem Ding hier treffen lassen Mit mir los Ich glaube, das hat mich noch nie getroffen Das habe ich jetzt ja ordentlich verschrieben Das ist nämlich gleich zweimal davon treffen Ja, dann gehen wir hier auch rein, dann ist eh schon wurscht Ah, das hat sich auch gelohnt 100% Devil Deal Show ist immer egal was passiert Das ist für Challenge Runs fast noch besser, wie für jeden anderen Run Das ist ja doch so einer Das ist ja doch so einer Was passiert da? Kann schlafen Und ich glaube alle Items Ich habe mal kurz nach Okay Okay Hat mein Äh Item neu Hat mein Item neu aufgeladen Und hier drum testen Crawl Space Wieder was gelernt Ja, wieder so ein super Crawl Space Das kriege ich zur Zeit oft Aha 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 Ich will das 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 Super mutig Aber so bin ich heute auch He Ich habe jetzt so gereiht nur noch ein Level zu haben Was macht euch Möglichkeit Ja, wiederum Untertitelung Wie heute stranded Wie geht das Wie heute Leise venteil Die abundant Ron époque Wie jetzt Wie 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 Da, jetzt aber. Weil jetzt nicht getroffen werden von denen. Sehr schön. So. Gibt es Health Ops in Shops? Ich glaube gar nicht. Die Pillen könnte aber gut sein. Ich kaufe mir trotzdem vorher das hier. Äh, falls eine Health Down Pille ist. Nice. Nochmal eine Etappe. Das heißt, die erste war also eine Health Down Pille. Egal. Trotzdem gut. Haben wieder drei Leben. Wohl trautend. So, und weiter im Geschäft. Alle freundlich wird sich. Ein Kreuzstein. Nehmen wir auch mit. Scheiße. Und schon wieder ein Boss, der sich aufteilt. Hey, so warens so gut. Sei das? ê, soweitzu gut. ein pick up of each type ah hier bad trip two times chance for champion enemies bring mir gar nix und double my diamonds taking damage soul hearts ja so eigentlich nicht so schlecht wir wollen die kiste aufmachen dann wird es ich habe es kapiert spiel du magst mich so wir kriegen die als boss ja das will ich in jedem fall doch hier schaue ich wieder rein ich hoffe dass er wieder sauber ist und ich den crawlspace krieg ich werde ich spielen bis du nicht mehr kannst umarm dich so gern das ist jetzt echt da hingelegt okay okay ich kann die ganze zeit gambeln äh könnte praktisch sein gut gut sehr schön Den werde ich nicht sprengen, sonst sehe ich hier kein Kreuz. Die sind blöden Mann, können echt mehr Schaden gebrauchen. Die Banks auch okay, nimm den diesmal mit. Ah, dann gehen wir erstmal da nach links, weil wir glaube ich sind wahrscheinlich Headends direkt. Oh, nevermind. Er hat mir nie im Leben gedorfen. Ich flipp aus, die da haben wir schon wieder alle viel zu viel hier. Hey, wir wollen alle Pedestal-Items. Tschüss, Last. Ja, nö, will ich haben. Wollen wir den Geheimraum kurz abchecken. Das ist eher so mäßig gut für uns. Das ist sehr ultra lustig. Geheimraum kurz abchecken. okay weh, sie ist dritta, ne? Äh? Gut, gut, gut. Da, jetzt aber. Ich wollte gerade sagen, es ist auch ganz schön lang. X-Lash. Hm. Das sind ein bisschen arg viele Herzen. Boah, jetzt soll ich schauen, dass ich nicht gelaufen werde. Jetzt werde ich nie im Leben schaffen. Oh, 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 oh. Danke, Freddy, you fly. Okay, okay, okay. Okay. Nice. Sehr schön. Und Headhub. Oh. Ich beschöre mich nie wieder über viele Herzen. Komm her, drückbam. Ach, so, so geil. Oh, der, oh, oh Gott, gibt der mir jetzt viel. Ja, Nummer eins. Auf in die Arcade. Na, wie schaut's aus? Na, Hunger? Ah. Ah. Hab ich schon mal besser gesehen, Darkbam. Bin ich ehrlich. Oh, naja. Oh, naja. Ja, jetzt. Ja, ich glaube, ich verzeih dir nochmal. Super Geheimraum müsste eigentlich hier links sein. Ja, ich glaube, ich verzeih dir noch mal besser gesehen, Darkbam. Ist das eher so mäßig gut? Ja, ich glaube, ich verzeih dir noch besser gesehen, Darkbam. Der Rest ist Headhub. Will ich alles nicht. Gut. So, rein in die nächste Runde. Schwieriger Boss. Let's it. Ist wieder normal. Ne. Ihr seid Seuche. Okay. Sehr schön. Das ist das Schwarze ist jetzt leider schon weg. Jetzt. So, und das schon wieder. Gut. Jetzt will ich schon. Okay. Kein sinnvoller Drop, okay. Okay. Ich stand mittendrin. Ich stand mittendrin. Wow. Es gibt auch Schädel mit Kreuzen, glaube ich. Ist aber nett. Gut. Na, ich lauf direkt rein, ne. Ich bin aber auch. Hm. Wie sie dumm. Manchmal. Boah. Ich bin aber auch mal Glückkram, gell? Weil der kann schon was anderes droppen, als. Hallo. Okay. 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 zauber sie vorsichtig sein hier so war nett Könnte ja auch was Gutes drin sein. Ich hätte das ganze Herz gefressen. Meinem Freundchen hier nur. Okay, den will ich mitnehmen. Okay. Aber Magician will ich eigentlich für den Boss aufheben. Naja, wir haben schon eigentlich nicht so tolle. Ja, äh. Ich bin nicht so schnell jetzt. So, bringt mir nichts, weil wir die Zecke haben. Die kann man nicht abnehmen. Außer mit dem Steichholz. Gut, äh, ein Kreuz sehe ich nicht. Oh, so richtig gut stelle ich mir noch nicht an. Und, aber egal. Mh, oh. Oh. Mh, hm, hm. Ja, BFF will ich haben, ne? So gut. Jetzt wäre noch Schaden für mich. Nice. Ah, ich hab keine Ahnung, wie man dem ausweicht. Ah, das konntest du auch. Oh, nice. Danke. Noch ne MT-Art kunst. Ja, Brimstone ist mir fast lieber. 15 Münzen will ich behalten für all dieweil den Job in der nächsten Ebene. Und dann können wir uns da zumindest irgendwas kaufen. Fast, richtig? Ähm, ja. Jetzt sogar nebenbei was zu trinken. Die Scheiter sind schrecklich dran. So, Mom. Jetzt geht's dir aber... Sowas von an den Kragen, gell? Will ich da mal sagen. Ha, 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 ha. Macht der Emperor. Oh, direkt zum Boss. Ne. Okay. Hm. Da. Gut. Ich muss ja nicht mehr zu viel treffen lassen hier. Ich bin jetzt gerade reingelaufen. Ich bin ein bisschen blöd. Glaube ich. Jetzt wäre ich da auch fast reingelaufen. Oft, oft weiß ich selber nicht so genau. Ob mir noch so richtig zu helfen ist. Ja, Are Your Wizard ist... Ja, also... Ich habe mir eigentlich gar nichts anderes gewünscht von dir. Da, wo du jetzt mir nur so ein alles schwarzes Herz gegeben. Da, jetzt aber. Also, hier muss ja dann eigentlich der Boss sein. Hätte doch noch länger Zeit gehabt, okay? Sorry. Okay. Ähm... Larges, okay. Okay. Huh. Bisschen blöd. Da wieder nix von. Dann nicht. Wenn mir das Spiel so gar nix geben will, was mir was bringt, dann gehen wir halt hier rein und sprengen alles in die Luft. Oh, easy. Crawl Space. Okay, dann nicht. Dann wird es halt der Kompass, wenn mir das Spiel wirklich gar kein Item geben will, was mir was bringt. Miniboss könnte noch was sein, ne? Gibt mir auch oft ein Pedestal Item. Dann können wir uns dann nachher nicht direkt zum Boss teleportieren. Uiuiui. Oh, jetzt fast zu knapp. Oh, jetzt bam. Was gescheites. Danke. Dann haben wir Glück gehabt. Ähm. Na dann, können wir auch zum Boss. Achdi. Ey! Cm. Ich bin ihr. Häh-häh-häh! Uiuiui Nice Noch neil ist ab Weiß nicht, wir nehmen es immer mit in der Hoffnung Das ist ein Singelben Erfolg für die meisten Devils Tag 5 Reigeschalten und dann war es das auch mit dem Part Vielen Dank fürs Zusehen, machts gut, bis zum nächsten Mal Tschüssi